Ich bin immer wieder begeistert, was man sich nicht alles so aus Resten fertigen kann. Heute basteln wir uns ein geniales Hilfsmittel zum Holzhacken. Holzhacken an sich ist eine schöne Sache, aber du brauchst natürlich immer den Platz dazu. Und gerade wenn man sich das kleine Holz zum Anfeuern macht, dann ist es oft eine Fummelei. Und dafür gibt es so geniale Holzspalter und sowas wollen wir uns heute bauen. Das Ganze nur aus Resten und damit wird das Holzspalten deutlich komfortabler. Und das heißt gerade für alle, die keine Möglichkeit haben zu Hause zum Holzspalten, ist das Ganze perfekt. Das Ganze fertige ich mir aus einer alten Bremsscheibe. Ich habe einen alten Axtkopf hier, ein Stück Rohr. Das habe ich mir aus einer alten Gasflasche zugeschnitten, hat man am Anfang gesehen. Und hier ein dickes, fettes Blech. Weiterhin brauche ich noch zwei Vierkantrohre. Die sind drei Millimeter stark und jeweils 420 Millimeter lang. Da ich noch nicht genau weiß, wo die Reise hingehen soll, habe ich meine grundlegenden Maße und die reiße ich einfach an meinem Schweißtisch an. Und so kann ich dann für mich definieren, welches Maß ich in welcher Form haben will und kann das wieder an meinem Schweißtisch abgreifen. Das ist für mich die deutlich einfachere Vorgehensweise, als dass man sich irgendwo tagelang ins Büro setzt und erst mal Skizzen macht, CAD-Zeichnungen und, und, und. So kann man das Ganze hier wirklich alles positionieren. Ich kann mir alles daran abgreifen an Maßen, kann mir alles so ganz einfach anzeichnen. Das abgetrennte Rohr hat hier eine Höhe von 35 Millimeter. Ich möchte jetzt meine Vierkantrohre nicht einfach seitlich ansetzen. Das heißt, ich möchte das Ganze richtig schön aufnehmen. Dafür klinke ich einfach mein Vierkantrohr aus. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich, ich möchte auch einen schönen, sauberen Übergang. Das sieht optisch gut aus, da bleibt man nicht so schnell dran hängen, da kann man sich nicht so schnell dran verletzen. Dafür gibt es natürlich bei Vierkantrohren einfach nur geniale Möglichkeiten. Das heißt, das Rohr klinke ich aus und zusätzlich klinke ich mir hier immer noch seitlich einen Keil aus. Und dann kann ich das Ganze einfach mit dem Hammer rumkloppen und kann das Ganze heften, verschweißen, verschleifen und dann sieht das optisch wirklich toll aus. Und mein Rohr wird hier wirklich in dieser Aufnahme perfekt aufgenommen. Ihr werdet hinterher sehen, wie das alles sich zusammenfindet. In diesem schönen 8 Millimeter Blech werde ich die Axt aufnehmen. Man sieht jetzt die Vorteile, wenn ich mir das Ganze hier am Tisch aufgerissen habe. Ich kann mir hier einfach die Maße abgreifen und kann mir das Ganze dann zuschneiden. Das könnte ich mit dem Plasmaschneider natürlich auch machen. Winkelschleifer mit einer Trennscheibe finde ich in der Variante deutlich besser. Einmal entgraten und man hat da wirklich ein sehr schönes Ergebnis. Beim Plasmaschneiden muss man meistens immer noch mal das Ganze nachschleifen. Das kostet immer deutlich mehr Zeit. Jetzt kann ich mir hier den Bereich für meine Axt anreißen. Die Axt stelle ich jetzt hier einfach drauf und dann wird die einfach die Kontur einmal nachgezeichnet. Und das ist jetzt natürlich so eine Aufgabe, so eine Kontur nachschneiden. Kann man auch alles mit einem Winkelschleifer machen. Das ist aber so eine Form. Unten kommen noch ein paar Schrägen dran. Das mache ich jetzt wirklich mit dem Plasmaschneider, weil es unglaublich schnell und effizient geht. Hinterher das Ganze einmal nachschleifen und meine Axt sitzt perfekt in diesem Blech drin. Jetzt habe ich natürlich eine Schneide an der Axt. Die ist uralt, die ist schon weich. Die müssen wir nacharbeiten. Und ich brauche hier auch Schneiden an meinem 8 mm Blech. Und das ist so der nächste Step, dass ich mir das erst mal anschleife. Und ich kann mir selbstverständlich hier an dieses Blech die schönsten, schärfsten Schneiden anschleifen. Riesenproblem ist natürlich, das Ganze hat keine Härte. Das heißt von wegen, wenn ich hier die ersten fünf Hölzer mit kaputt gehauen habe, dann ist das Ganze so, dann hat es schon wieder keine Festigkeit mehr. Das heißt, ich muss mir was überlegen und da ist natürlich Auftragsschweißen eine super Sache. Das heißt, ich habe einen Zusatz zum Hartauftragen. Damit kriege ich hier eine unglaublich harte und verschleißfeste Oberfläche. Das Ganze lässt sich mit der Elektrode ausführen. Das ist so der klassische Weg. Heute gibt es dazu auch Mack-Schweißdrähte und ich habe hier einfach einen WIG-Schweißzusatz. WIG hat den Riesenvorteil. Ich kann hier wirklich sehr konzentriert die Wärme einbringen, kann hier die Fläche jetzt einfach nachschweißen, schleife mir die Fläche wieder und dann habe ich hier wirklich an diesem Blech oben eine verschleißfeste Oberfläche, kann mir dann eine richtig schöne Schneide anschleifen und die Schneide hat wirklich auch eine sehr, sehr gute Härte. Und das Gleiche mache ich auch nochmal an der Axt, weil die Axt ist auch schon richtig ausgenudelt. Da ist wirklich auch das Beste von. Da haben wir die schöne Kontur der Axt und das schleifen wir auch nach, arbeiten das auch nach. Gerade für jeden, der ein WIG-Schweißgerät hat, kann ich den Zusatz wirklich nur empfehlen, weil man kann dann Werkzeuge wieder aufarbeiten, man kann Flächen hart und verschleißfest machen und es ist wirklich so einfach, als wenn man normal WIG schweißt. Das ist wirklich nichts Besonderes, nichts Besonderes von der Einstellung. Und Riesenvorteil an dem Zusatz, den ich hier verwende, den gibt es auch in sehr kleinen Mengen, weil der ist sehr hoch ligiert, wenn man da eine 5-Kilo-Packung kauft, dann wird es richtig teuer und so gibt es hier wirklich 10 oder 15 einzelne Stäbe, ist dann wirklich sehr, sehr bezahlbar. Verlinke ich natürlich hier unten in der Beschreibung. Ich habe jetzt in meinem Winkelschleifer eine Polierscheibe und so poliere ich die Axt. Das heißt, die Farbe muss ja sowieso runter, die Beschichtung muss hier runter und da können wir das Ganze auch ein bisschen schön machen. Hat den Riesenvorteil, es lässt sich deutlich besser verschweißen. Zweiter Vorteil ist, es sieht natürlich hinterher optisch auch wirklich gut aus. Ich habe da noch so zwei, drei spezielle Sachen vor, dass es hinterher auch wie was ganz, ganz Besonderes aussieht. Und das ist natürlich auch immer eine Sache, wenn wir uns schon selber was bauen, selber was fertigen, dann wollen wir natürlich auch einen richtigen Hingucker haben, nicht nur ein funktionales Werkzeug. Ich habe hier meine aufgehangene Satiniermaschine und da lässt sich das Ganze natürlich richtig schön nachpolieren. Damit haben wir alle Einzelteile fertig und können das Ganze jetzt zusammensetzen. Was einem dabei auffällt, was einem eigentlich auch bewusst ist, ist, je sauberer eine Nahtvorbereitung ist, je besser lässt sich das Ganze schweißen. Hier das Ganze wirklich mal auf die Spitze gebracht, richtig schön poliert, alles nochmal mit dem Reiniger rübergegangen und dann lässt sich das Ganze wie Zucker schon heften und lässt sich das Ganze auch wirklich wie Zucker verschweißen. Ich benutze hier die verschiedensten Hilfsmittel, das heißt, ich habe hier meinen Magneten, mit dem ich das Ganze positioniere, nutze aber auch in der Form immer wieder meinen Schweißtisch. Ich habe hier meinen Anriss, kann das Ganze nochmal kontrollieren, ob es wirklich passt und dann wird es einseitig erstmal geschweißt. Das heißt, ich schweiße erstmal die linke Seite von oben und von unten und dann lasse ich das Ganze abkühlen. Wenn so ein Bauteil zu warm ist, kriegt man natürlich irgendwann Probleme mit Poren. Man sieht aber auch so schon, ich will natürlich nicht, dass das beim ersten Mal auseinanderfällt, darum habe ich hiermit richtig viel Leistung geschweißt. Die Nähte, würde ich sagen, sehen wie Zucker aus, wirklich richtig schön. Dafür habe ich folgende Einstellung genommen. Ich habe 200 Ampere genommen, ich habe mit Puls gearbeitet, 80 Unterstrom, 1 Hertz. Das heißt, einen schönen langsamen Puls, wo die Energie auch immer wieder rausgeht, die Energie aber auch immer wieder reinkommt, um den Werkstoff wirklich richtig tief und vernünftig aufzuschmelzen. Und gerade mit diesen schönen Anlauffarben will ich hinterher auch noch ein bisschen spielen. Nächster Schritt ist, dass ich das Ganze jetzt mit meinem Vierkantrohr verschweiße. Das heißt, ich richte alles schön aus und dann kann ich das hier auch mit Vick verschweißen. Selbstverständlich wäre auch die Möglichkeit, das Ganze mit Mack zu schweißen, mit Elektrode zu schweißen oder halt sogar mit Fülldraht zu schweißen. Also das ist einfach nur das Beispiel. Ich mache das immer am liebsten mit Vick. Vick ist mein Lieblingsschweißverfahren, weil es halt so sauber ist, so ordentlich ist, weil es so schöne Ergebnisse präsentiert. Und ich kann halt einfach den Schweißzusatz wechseln, meine Einstellung ein bisschen verändern und dann kann ich zum Beispiel mit so einem Hartauftragsdraht da schweißen. Beim Mack-Schweißverfahren müsste ich erst alles austauschen und dergleichen. Also ist immer was ganz, ganz anderes. Und Vick hat halt den Riesenvorteil, dass es so unglaublich sauber ist. Ich habe hier hinterher keine Nacharbeiten. Man muss es natürlich ein bisschen länger üben. Ich habe abschließend natürlich das ganze Bauteil nochmal schön gerundet, habe oben alles gerundet, habe oben den Ring gerundet. Der hat ja auch eine zentrale Funktion. Bremsscheibe unten hat sich bei mir hier sehr gut verschweißen lassen. Wenn man da Probleme hat, das heißt, es ist auch wieder alles vernünftig geschliffen, vernünftig abgereinigt. Wenn man da Probleme hat, ist es immer oft eine sehr, sehr gute Lösung, dass man die Bremsscheibe A ein bisschen auf Temperatur bringt und B, dass man dann einen Edelstahlzusatz nimmt. Das beruhigt das Schmelzbad deutlich mehr und so kann man das auch wirklich vernünftig schweißen. Ich würde mal behaupten, aus so einem Haufen Schrott ist hier wirklich was sehr, sehr Schönes entstanden. Ein schönes Bauteil und gerade die Schweißnähte, die gefallen mir heute richtig gut. Ist A das Equipment, B ist es natürlich auch irgendwo die Handfertigkeit und C ist es natürlich die Vorbereitung. Ich habe hier wirklich mal auf eine perfekte Vorbereitung geachtet und das merkt man natürlich auch immer an den Ergebnissen. Es ist natürlich immer die Frage, wie viel Zeit man sich für so ein Projekt nimmt. Ich habe innen, wie ich das eben schon gesagt hatte, mit Klarlack lackiert. Jetzt habe ich das Ganze abgeklebt und lackiere das von außen nochmal mit Schwarz. Da gibt es natürlich die verschiedensten Vorlieben. Ich wollte das einfach mal in der Form ausprobieren. Mit dem Klarlack ist es auch so ein bisschen dunkler geworden, sieht aber mal richtig schön aus. Also man hätte natürlich jetzt auch so vorgehen können, dass man die Axt wieder in der Form poliert und, und, und. Ist ganz einfach mal so ein kleines Schrottprojekt, was glaube ich sehr schön geworden ist und auf jeden Fall auch sehr funktional. So, ich werde jetzt ein bisschen Holz hacken, werde da ein bisschen mit rumspielen, ein bisschen mit rum experimentieren. Ich freue mich über eure Kommentare, ich freue mich über euer Feedback. Hat euch das gefallen in der Form? Ansonsten zum WIG-Schweißen verlinke ich hier immer was am Ende, verlinke ich immer was unter dem Video. Alle Geräte, die ich verwendet habe, verlinke ich auch in der Beschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Holzhacken. Euer Manni. Ich glaube, man sieht schon an diesem kurzen Versuch, wie gut das Ganze funktioniert. Also es ist wirklich der absolute Hammer, macht richtig Spaß. Man hat innerhalb von kürzester Zeit eine Menge Kleinholz, also funktioniert super. Riesenvorteil ist hier wirklich, der hat durch die große Bremsscheibe auch eine vernünftige Standfestigkeit. Das heißt, den kann ich überall hinstellen und den kann ich auch jederzeit problemlos wieder wegräumen. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Holzhacken. Bis dann. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Holzhacken. Bis dann. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Holzhacken.